Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von O-Zapft-Iß. Wir sind in Woche 3 und wie ihr es von uns gewohnt seid, schauen wir natürlich erstmal zurück auf das Donnerstag-Nacht-Spiel und dann schauen wir voraus auf das Sunday-Night-Game. Aber zu Beginn vielleicht erstmal die wichtigste Frage. Günther, wie war der Anstich? Sehr schön, sehr schön. Also war natürlich nach der langen Wartezeit was Besonderes. Das Wetter hat auch einigermaßen mitgespielt, war ja schreckliches Wetter vorhergesagt, war aber dann noch fast trocken und jetzt nicht richtig Wiesenwetter, blauer Himmel war es nicht, aber war schön. Wir hatten um 10 vor 12, ich habe es ja schon mal erklärt, glaube ich das letzte Mal, dass man eigentlich um 12 erst das Bier kriegt, aber 10 vor 12 kamen schon die ersten Massen, also Schankkellner-Bedienungen waren auch alle schon heiß offensichtlich, dass Ende wieder losgeht. Wir haben natürlich bis 12 Uhr gewartet, bis wir den ersten Schluck genommen haben, nachdem wirklich auch offiziell die Wiesen eröffnet war und was soll ich sagen, es hat wieder geschmeckt. Und du hast nicht den Fehler begangen, zu schnell zu starten? Nein, es ging einigermaßen. Also klar, der erste Schluck ist schon was Besonderes und dann trinkt man ein bisschen mehr. Aber wir hatten ja Zeit vorher schon, ein bisschen auch was zu essen, dann geht das schon. Und den Kaffee noch getrunken, um das entsprechende Haferl auch wieder in die Sammlung einzureihen. Natürlich, stimmt. Nee, ich habe mich an meine eigenen Vorgaben fast gehalten. Hashtag Zwischenwasser, war nix oder wie? Ja, war schon, aber nicht zwischen jeder Mass. Aber es war überschaubar. Alles klar, wunderbar. Und seitdem, was dann nochmal? Ich gehe da vor. Nein, tatsächlich war ich noch nicht. Ich werde jetzt ein paar Kurzbesuche einlegen, dann geht es Dienstag. Das Wetter wird leider furchtbar, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Ich werde versuchen, in die Zelte zu kommen, beziehungsweise ich habe halt da meine Plätze. Dienstag geht es nochmal, am Wochenende dann nochmal, vielleicht am Freitag, weiß ich noch nicht. Und zum Abschluss am Montag, wenn der Sonntag vorbei ist, also der übernächste Sonntag, da werde ich zusperren. Ich bin am 3.10. tatsächlich. Ja, bin ich auch. Das bietet sich ja an. Dann treffen wir uns. Ganz sicher, seien ja kaum Leute, da hängen wir uns. Ich bin natürlich beim Schichtel. Auf ein Haferl-Kaffee treffen wir uns, Güter, so machen wir es. Wunderbar, das freut mich. Ich bin beruhigt, alles wie gehabt. Das ist wunderbar. Und ja, lass uns zurückblicken. Ein bisschen NFL müssen wir machen, selbstverständlich. Du hast Donnerstagnacht, hast du das Spiel kommentiert. Bei der Zone, Browns, zu Hause gegen die Steelers. Die Steelers 14 zu 13, zur Halbzeit nach vorne und dann völlig in sich zusammengebröselt. Was ist da passiert? Wie hast du das wahrgenommen? Ja, so extrem würde ich es nicht sagen. Eher Cleveland hat sich besser eingestellt. Und den Steelers ist halt offensiv vor allem nichts mehr eingefallen. Das war auffällig. Das wird sicher eine Diskussion anwerfen. Oder hat schon, geht ja schon relativ rund. Auch ist es jetzt Mitch Stubisky, ist es Matt Canada, muss Kenny Pickett endlich spielen und so weiter. Also da hängt vieles dran. Es war einfach eine Verbindung von einigen. Die Clevelands Defense hat ein bisschen mehr Druck aufgebaut. Auf der anderen Seite hat die Offense von Cleveland wirklich gut funktioniert. Und man hat die wirklichen Schwächen Pittsburghs gesehen. Das ist eben, die Defense ist nicht mehr dieser Schrecken, den sie Jahrzehnte verbreitet haben. Und je länger das Spiel dauert, umso besser kannst du laufen. Und wenn dann die beste Laufoffensive der Liga kommt, dann sagt Nick Chubb vielen Dank und bringt das Spiel nach Hause. Ist er der beste Running Back der Liga momentan? Ich wäre mir doch immer dagegen, der Beste. Er ist einer, den du unter die Top 3 natürlich einreihen musst. Jeder hat so seine Qualitäten. McCaffrey hat wieder etwas andere, den ja viele oben sehen. Jonathan Taylor konnte jetzt noch nicht so zeigen, was er drauf hat. Da gibt es andere Probleme in Indianapolis. Er ist sicher einer der ganz, ganz guten. Und dann hat er halt mit Karim Hunt einen dahinter, der ist nicht viel schlechter. Und das tut vielen Teams natürlich dann weh, wenn Chubb plötzlich eine kleine Pause kriegt. Und dann kommt Karim Hunt und du denkst, da kann man mal kurz durchatmen von wegen. Von wegen. Es war ja der Gameplan von Stefanski, ich glaube, vor zwei Jahren, als sie in den Playoffs waren mit Baker Mayfield. Wenn wir das jetzt vergleichen, zu sagen, okay, Baker, Game Manager, hat sie in die Playoffs gebracht. Dort haben sie sogar ein Playoffspiel gewonnen gegen die Steelers. In Pittsburgh. Und das hat ja gereicht damals. Wie siehst du denn die Browns jetzt die nächsten Wochen? Wie hast du Jacobi Brissett gesehen? Ich glaube, 21 von 31, 220 Yards, zwei Touchdowns. Fehlerfrei. Genau, das ist das Entscheidende. Du sagst das selber, Game Manager. Wenn du so ein Laufspiel hast und so eine anständige Defense, noch ohne Clowny, der ja nicht gespielt hat, dann musst du das Spiel in Anführungszeichen nur verwalten. Was mir aufgefallen ist, haben wir da auch im Spiel diskutiert, er spielt völlig befreit auf. Weil er weiß genau, er hat jetzt elf Spiele. Danach, egal was passiert, muss er den Platz räumen. Weil du gibst ja keine 230 Millionen aus, um dann zu sagen, na, der spielt so gut. Da warte du nochmal ein bisschen. Wenn nicht noch andere Geschichten dazukommen, aber Brissett, was soll man über den sagen? Der hat in New England gelernt von Brady, von Belicik. Der kann es schon. Der ist beweglich, der ist inzwischen lang genug in der Liga. Und wie gesagt, er kann völlig befreit aufspielen, denn egal was er macht, er wird auf die Bank gesetzt werden und kann sich höchstens noch für andere Teams vielleicht bewerben. Aber er hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Sehr solide, schnelle Reads, gute Pässe, teilweise wirklich auf den Zentimeter. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube, neben Brissett, der souverän gespielt hat, wie gesagt, fehlerlos, Nick Chubb überragend, das war zu erwarten. Amari Cooper, den hatten wir auch schon mal thematisiert hier, als es um die Cowboys ging und du gesagt hast, ja, so gut war er dann doch nicht. Ich glaube, bei Cooper war immer das Problem, dass er halt nicht beständig gut war. Der ist schon mal völlig explodiert ab und zu, gerade zu Hause, auf dem Turf in Dallas und dann geht er nach Cleveland, hat die Karriere ja bei den Raiders gestartet, auch da oft verletzt, nicht konstant genug, war ein sehr hoher Draftpick. Glaubst du, der kann dann so ein X-Faktor sein, weil viel mehr braucht es ja dann nicht mehr, wenn du so einen Top-Receiver hast und zwei solche Running-Backs? Ja, wir wollen, glaube ich, die Offense-Line nicht vergessen. Also hinter all dem oder vor all dem, im wahrsten Sinne des Wortes, steht erstmal diese überragende Offense-Line, die wirklich extrem gut gespielt hat, wieder performt. Dann hat Brissett natürlich auch die Ruhe, dann haben Chubb und Hunt die Lücken, also da geht es erstmal los. Dazu ein Cooper, der genau das gemacht hat, wofür er bekannt ist, er läuft die besten Routen der Liga, also da würde ich wirklich mal das Superlativ anwenden. Keiner läuft die Routen so exakt und so sauber wie Amari Cooper, hat wieder mal, auch das war zu Beginn seiner Karriere ja schon mal ein Problem und auch in Dallas teilweise, er hält halt nicht alles fest. Lässt dann durchaus auch mal einen fallen, was schade ist, aber du kannst ihn im Prinzip immer anspielen, weil er ist immer frei, du kannst ihn nicht decken, so gut wie er läuft. Das hat Brissett auch erkannt und dann hat ein gewisser Herrn Jocko auch noch ein bisschen dahinter die Freiräume genutzt und hat ein paar Bälle gefangen. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Hast du auch nicht in deinem Fantasy-Team, nehme ich an. Nein, 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 nein. Da werden sich viele ärgern. Nee, der ganze Gameplay war klasse, haben sie gut ausgenutzt und ob es bei Amari Cooper jetzt so weitergeht, das wage ich aus meiner Beobachtung in Dallas zu bezweifeln. Warten wir mal, wie der nächste Auswärtsauftritt ist. Bei Dallas war es ja auch extrem der Unterschied zwischen Heimspiel und Auswärtsspiel. Er hat jetzt 200-plus-Yards-Games in Folge gemacht gegen die Jets letzte Woche. Auch gegen die Jets haben sie ja das Spiel zum Schluss noch verschenkt und sind ausgebucht worden, völlig zu Recht. Und Jacoby Brissett mit so einer schlimmen Interception, finde ich, dann im letzten Drive, hätten sie ja nochmal die Chance gehabt, einen Fehlkoll zu machen. Also, du siehst die Browns auf einem guten Weg, kann man das so festhalten? Oder bist du noch skeptisch? Ja, also, wir sind noch relativ früh in der Saison. Aber dass die Browns ein gutes Team sind, das weiß man seit Jahren. Das ist ja, wer so viele sehr, sehr frühe Picks hat in den letzten 10, 15 Jahren, der muss ja irgendwann mal ein Team haben, das auch mitspielen kann. Ja, frag mal die Jaguars. Genau, ja. Wir sind ja auch auf einem guten Weg, müssen wir abwarten, was da passiert. Ich werde sie am Sonntag genau beobachten in der NFL Endzone, ist das mein Spiel. Ne, das ist, ja, was soll ich sagen, soll ich ehrlich sein? Ich will eigentlich die Cleveland Browns natürlich aufgrund der Deshaun-Watson-Geschichte nicht zu sehr in den Himmel heben und auch nicht, wünsche es mir nicht so sehr. Ja, aber das ist ein gutes Football-Team. Und wenn die das richtige Coaching haben, danach sieht es im Moment aus. Und wenn dann die Rädchen ineinander greifen, ist das ein Team, das wirklich, selbst in der enorm starken AFC, die ein oder andere Mannschaft überraschen wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie jetzt bis zu diesem Ablauf dieser Sperre für Watson da mit dabei sind im Playoff-Rennen und das traue ich ihnen durchaus zu. Auf der anderen Seite, Pittsburgh. Was machen wir jetzt mit denen? Also, die Woche eins sah gut aus, dann verletzt sich TJ Watt und dann hast du zwei Spiele, die wirklich nicht gut waren gegen die Patriots und jetzt gegen die Browns, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ist das Problem mit Schubisky, ist es die Offense an sich oder ist es einfach das Problem, dass TJ Watt so ein entscheidender Faktor für diese Defense ist, dass die Defense halt diese Mannschaft nicht mehr halten kann, was ja über Jahre immer der Fall war? Check, check, check. Alles drei im Prinzip. Ich meine, nimm Aaron Donald aus der Rams-Defense weg. Da fällt das ganze System jetzt nicht in sich zusammen, aber da fehlt ein wichtiger Bauenstein, da musst du komplett umbauen. Ähnlich natürlich, der amtierende Defense-Player of the Year und das zu Recht, wie er im ersten Spiel ja wieder bewiesen hat, wenn du den wegnimmst, das merkst du ganz klar. Die Defense war vorher schon nicht sattelfest. Die schlechteste Laufverteidigung im vergangenen Jahr mag man sich, wenn man den Namen Pittsburgh hört, überhaupt nicht vorstellen. Das ist besser geworden, aber nicht viel besser. Also gut, da kommt jetzt Chubb und Hand und diese super Offense-Line der Cleveland Browns, das ist vielleicht nicht der Maßstab, den es immer gibt, aber diese Laufverteidigung ist nach wie vor nicht sehr, sehr gut. Dann wird es hinten für die Jungs auch schwer, die Safeties müssen vorrücken und so weiter. Also die Defense ist ein Problem. Das größte Problem sehe ich im Moment aber eher in der Offense-Line nach wie vor, die einfach die Lücken nicht aufmachen. Najee Harris ist ein Running Back, der es vielleicht noch nicht zeigen konnte, aber den wir irgendwann auch in den Top 3 einreihen könnten. Also er hat alle Voraussetzungen dazu, aber selbst der beste Running Back, wenn keine kleine Lücke wenigstens da ist, hat keine Chance. Er kämpft, arbeitet, tut, macht. Und natürlich, egal ob jetzt Mitch Stubisky oder Kenny Pickett, wenn du ständig von Anfang an unter Druck stehst bei deinem Passversuchen, dann hast du keine Chance. Wobei Mitch Stubisky stark abgebaut hat. Gut begonnen, hat auch einen Rhythmus, also das erste Viertel streichen wir mal, da mussten beide Mannschaften irgendwie erstmal reinkommen. Aber dann waren es wirklich ein paar gute Drives, auch sauber, schnelle Entscheidungen. Über die Receiver, glaube ich, müssen wir nicht reden, dass die Stielers ganz oben in der Liga mitspielen. Man muss sich halt nur anwerfen. Und da frage ich durchaus mal, was Matt Kenner da eigentlich vorhat, ob er nur Dink and Donk West Coast Offense spielen will oder ob er vielleicht die Herren mal tief schicken will, die alle schnell sind, die alle gut bis hin zu absolut spektakulär fangen können. George Pickens, war das der beste Catch der letzten Jahre oder ist das ein bisschen übertrieben, so dieser Hype auf Twitter vor allen Dingen am Freitag? Ich weiß nicht, wie oft ich den Catch getwittert gesehen habe. Das ist ja klar. Das war mir in dem Moment klar, als wir ihn gesehen haben. Das ist ein Ausnahmekatch. Ja, ist ganz, ganz oben momentan. Und nicht zu Unrecht mit Odell Beckham verglichen, wenn man es sich genau anschaut, vielleicht sogar noch spektakulärer, weil er noch seitlicher liegt. Sich wegdreht vom Receiver, den Ball wirklich an der Spitze schon packt, dass gar nichts passieren kann. Also ein Ausnahmeding. Aber er fängt den und dann noch einen. Das war es. Zwei Catches für so einen Receiver. Wie gesagt, fangen die Probleme wieder an. Ist es der Quarterback, ist es der Offense-Coordinator? Wir werden sehen, ich gehe stark von einem Quarterback-Wechsel aus. Jetzt haben sie zehn Tage Zeit, die Steelers. Denn verlieren können sie nicht mehr viel. Mit der Mannschaft kannst du gerade in der AFC, glaube ich, nicht so viel gewinnen, dass das für die Playoffs reicht. Mike Tomlin hat ja schon gesagt, es steht nicht zur Debatte. Ich schätze ihn jetzt eher so als konsequenten Coach ein, der dann glaube ich auch, also der nicht leicht Dinge, die er sagt, dann revidieren möchte. Sagen wir es mal so, wenn er sich vielleicht ein bisschen offener gelassen hätte. Ein Sturschädel, wolltest du eigentlich sagen. Sturschädel könnte man es negativ formulieren. Also ich bin ein bisschen skeptisch, ob das jetzt schon passiert. Ich fände es super interessant, weil mit Schubisky, da wissen wir glaube ich alle, was wir haben und bekommen. Und bei Kenny Pickett, der ist ja sehr gelobt worden in der Preseason. Hast du den Spieler auf dem Radar gehabt, so irgendwie auf dem College? Hat es dich überrascht, dass er wirklich der erste Quarterback im Draft war, den die Steelers dann an 20, glaube ich, genommen haben? Ja gut, die haben den hautnah beobachten können, lang genug. Die Quarterback-Klasse war ja nicht so großartig. Da konnte sich jeder sein eigenes Bild machen. Die Steelers sehen irgendwas in ihm und dann müssen sie ihm auch die Chance geben, das umzusetzen. Man hört ja angeblich aus Pittsburgh, dass sie eher die Sorge haben, dass mit der Offense-Line der junge Mann verbraten wird oder verbrannt. Also in Klammer auf, Klammer zu. Wir wissen, dass wir dieses Jahr nicht oben mitspielen, also bauen wir den auf, was durchaus Sinn machen würde. Also werden sie nicht öffentlich sagen, klar. Auch Mike Tomlin wird das nicht tun. Insgesamt sind die Steelers von oben angefangen, vom Management bis ganz unten natürlich eine sehr konservative, sehr, sehr anständige Franchise. Da kann man sich also durchaus denken, dass Tomlin noch länger an Chubiski festhält. Das ist schon richtig. Vor allem, wenn sie dann tatsächlich, wenn das stimmen sollte, dass sie Sorge haben, dass sich ihr Rookie verletzt, was wir ja, wir haben es bei Burrow gesehen, was schnell gehen kann. Oder David Carr, falls du dich an den noch erinnerst, bei den Texans, der ist, glaube ich, 800 Mal gesackt worden als Rookie und war danach für immer verloren. Also es macht vielleicht Sinn, wie du schon sagst, das dann zumindest noch nicht zu tun. Irgendwann werden, glaube ich, die Stimmen sehr laut in Pittsburgh. Ja, natürlich. Wir waren ja beim letzten Spiel schon die Kenny-Kenny-Rufe, die Mike Tomlin ja angeblich nicht gehört hat. Weil er Sturrschädel ist. Das ist doch wunderbar. Er hat damit Erfolg. Ich bin gespannt. Ich habe vor der Saison, glaube ich, gesagt, das wird die erste Stilers-Saison mit Mike Tomlin mit einem Losing-Record. Schauen wir mal. Ja, wenn Cincinnati nicht von allen guten Geistern verlassen ist, vor allem Joe Burrow, dann stehen die Stilers jetzt 0-3. Das war ja kein toller Sieg. Das war ja mit Hängen und Wirken irgendwie erkämpft, erklaut. Stimmt, die hattest du ja auch in Woche 1. Du hast ja die Stilers schon zweimal gehabt. Stilers-Experte Günter Zapf. Schau hin. Ist doch schön. Gut, warten wir es ab, wie es weitergeht. Schauen wir auf Sunday Night und schauen wir auf die 49ers zu Gast bei den Denver Broncos. Du hattest die Broncos, on that note, auch schon mal gehabt dieses Jahr. Ja. Sunday Night gegen Seattle. Wie, wenn man mal das Heimspiel gegen Houston wegnimmt, sondern nur dieses Auswärtsspiel in Seattle, wo die Offense, glaube ich, nicht ganz so schlimm aussah, wie dann eine Woche später zu Hause. Haben die sich da einfach nur selber ins Knie geschossen und sahen eigentlich ganz okay aus oder war das sehr unrund? Was hattest du da für einen Eindruck in Woche 1? Ja, das war das Emotionsspiel. Also da die Rückkehr, das hat natürlich die Liga super gemacht, gleich am ersten Spieltag. Entsprechend waren ja auch die Quoten und die Erwartungen und dann lief in dem Spiel sehr, sehr viel für Seattle. Also das war jetzt nicht unbedingt ein Spiel, das Denver, ich sage mal, klar verloren hat. Und es waren dann natürlich einige fragwürdige Entscheidungen. Natalie Hackett muss, glaube ich, auch erst lernen, wie Head Coach funktioniert. Gerade das sind ja diese Kleinigkeiten. Ein Team coachen kann, ich sage mal, in dieser Liga, das können 100 Coaches, die vorher Koordinators waren und so weiter. Oder vor allem Special-Team-Coaches natürlich bieten sich an, die alle Spieler kennen. Das ist nicht so schwer. Es sind diese drei, vier Entscheidungen während der Partie, die entscheidend sind. Wo du, Time-Management natürlich, gehe ich mal für den vierten Versuch, ja oder nein. Und da musst du halt in wirklich Sekunden entscheiden, ja oder nein. Und das muss man natürlich auch lernen. Ich glaube, das ist eine Situation, mit der muss man zurechtkommen. Wenn du dann noch Playcaller bist oder dich sehr um die Offensive bemühst, erleichtert das die Geschichte nicht. Also da ist noch Nachholbedarf, muss man sehen, wie schnell das funktioniert. Aber so richtig gefallen hat mir Denver auch im ersten Spiel nicht. Also du hast es schon angesprochen, Nathaniel Hackett ist ja jetzt schon auf dem Hot Seat nach zwei Wochen. Also ein Buhruf oder Buhrufe von den Broncos-Fans gleich im ersten Heimspiel. Natürlich lief das nicht rund und es war alles sehr zäh. Und letztlich waren es dann nur ein, zwei Big Plays von Cortland Sutton, die im Endeffekt dann doch noch den Sieg gebracht haben am Ende. Aber das ist schon übel, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, im ersten Spiel gab es ja diese Situation mit dem Field Goal. Wie hast du das eigentlich da erlebt in Seattle, als sie dann ewig gewartet haben, keine Timeout genommen und dann ein 60-Jahr-Plus-Fans. 64-Jahr, ja. 65-Jahr, was noch nie bei den Seahawks in diesem Stadion geklappt hat übrigens. Das hat es ja jetzt eh noch nie gegeben. Hast du dir gedacht, was ist denn mit dem Coach los oder gab es da doch einen Plan, den keiner verstanden hat? Ja, danach war der Plan klar. Wenn du dich entscheidest, das Field Goal zu schießen, lässt du natürlich die Uhr runterlaufen, um dann Seattle keine Zeit mehr zu geben, zurückzuschlagen. Dann hat es im Prinzip Sinn gemacht. Die Entscheidung generell, ob die Sinn gemacht hat, das ist das, was man in Frage stellen kann. Aber wenn er sich, und das war ja offensichtlich so, vorher schon entschieden hat, nee, und er hat ja seinen Kicker, er sieht den jeden Tag, die haben beim Warm-up, weiß man ja, testen die das. Da hat er offensichtlich 64, 65 Jahre da reingehauen. Ansonsten wäre es ja vollkommen dämlich, so eine Entscheidung zu treffen. Also er hat sich dafür entschieden. Warum auch immer, vierter und sechs war es, glaube ich. Ja, jetzt war er im vierten Versuch, genau. Also der hätte ja erst mal klappen müssen. Ja, genau, da waren es aber noch weit über eine Minute, also da hätte man noch genug Zeit gehabt, um weiterzukommen. Und es hätte ja, wie gesagt, das Field Goal hätte ja gereicht. Ich hätte es anders gemacht, ich hätte versucht, den vierten auszuspielen, aber er hat sich eben so entschieden. Dann war es richtig, die Auszeit nicht zu nehmen. Von daher ist diese Entscheidung, würde ich ihm nicht angreifen. Generell, wie immer im Football oder wie immer im Leben, hinterher ist man schlauer. Da kann man auch gut drüber diskutieren. Aber das ist das, was ich angesprochen habe. Als Head Coach, da bist du plötzlich überfordert. Dann hat er sich entschieden, die Sekunden ticken weiter. Nee, wir kicken. Ich traue es ihm zu. Ging halt daneben. Jetzt ist ja das das eine, dieses Game Management. Die Broncos-Fans haben ja dann die Play Clock runtergezählt, damit es nicht wieder ein Delay-of-Game gibt. Was ja auch noch dazu kommt, diese Delay-of-Game-Geschichten die ganze Zeit. Und er ist jetzt, also die Broncos-Offense sind jetzt bei 0 und 6 in der Red Zone. Also kein Touchdown bei sechs Gelegenheiten. Das waren natürlich diese zwei Fumbles an der Goal-Line im ersten Spiel. Und es ist nicht besser geworden gegen die Texans. Was wäre denn jetzt, um das Ganze mal zu beruhigen, wäre es eine Option gegen die 49ers, wenn wir zu dem Spiel kommen, vielleicht doch mehr auf Javante Williams und Melvin Gordon zu setzen und mal so zu kommen, ab und zu Play-Action einzustreuen. Russell Wilson hat ein langes Ding auf Cortland-Sutton. Das wäre jetzt vielleicht so mein Ansatz. Was würdest du tun? Du bist vielleicht schlauer als Daniel Hackett. Das finde ich einfach so schlimm. Ich glaube, er hat sich wirklich den Gedanken gemacht, jeder rechnet damit. Ich auch. Wir haben ja diskutiert, macht das Sinn mit Russell Wilson dahin? Natürlich macht es Sinn, weil wo kann er glänzen, wenn er ein starkes Laufspiel hat und eine gute Defense? Beides hat er in Denver, also grandios. Also lass die Jungs laufen und dann lass Russ glänzen, wenn es denn mal sein muss. Weil das ist ja seine Stärke. Improvisieren, aus verzweifelten Situationen heraus was machen. Er ist sicher nicht der Game-Manager, er ist nicht der, auch wenn Sie es in Seattle anders gesehen haben, er kocht halt nicht so gut, muss man einfach klar und deutlich sagen. Das kann man so sagen bis jetzt, ja. Und von daher hat er in Seattle auch nicht geklappt, also das ist nur nebenbei. Er ist der Zauberer, wenn es sein muss. Er hat keine Nerven. Viertes Viertel, Two-Minute-Warning, Overtime. Da nehme ich immer gerne Russell Wilson, aber nicht den, der ein kontrolliertes Passspiel aufzieht und aufs Laufspiel weitestgehend verzichten muss. Und da wäre ich eben genau bei dem Ansatz. Natalie Hackett dachte sich wahrscheinlich, ja, ja, damit rechnet die gegnerische Defense, dass wir jetzt laufen, 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 mache ich es anders? Doppelblüff. Genau, okay. Ich würde es genauso machen, womit jeder rechnet. Das ist dann doppelt geblüfft. Die wissen, dass wir das wissen, also wissen sie nicht, dass wir das wissen, dass sie das wissen. Und was kommt am Ende raus? Ein Schmarrn kommt raus bis jetzt. Das sind wir wieder beim Schach. Ich muss 17 Züge vorausdenken und der Gegner denkt nur einfach raus und macht einfach und dann hast du verloren. Also, so könnte ich es mir vorstellen. Gehört auch zur Entwicklung eines Headcoaches und vielleicht jemals. Aber um es kurz zu sagen, ja, ich würde die Running Backs stärker einsetzen. Wilson hat ja massive Probleme gehabt bis jetzt. Also vor allem in diesem Heimspiel gegen Houston. Er hat zu Beginn von 20 Versuchen sechs Completions angebracht. So ging es los. Er hat bis jetzt nur zwei Touchdown-Pests in zwei Spielen. Natürlich die Riesenprobleme in der Red Zone. Okay, das ist vielleicht fluggy. Nach zwei Wochen sollte man nicht überreagieren. Und jetzt kommen wir zum positiven Aspekt. Russell Wilson ist in seiner Karriere 16 zu 4 gegen San Francisco. Und ähnlich sieht die Bilanz gegen Kyle Shanahan als 49ers Headcoach aus. Ist Russell Wilson das Kryptonit von Kyle Shanahan? Ja, natürlich. 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 Ja, man kennt sich, man mag sich nicht besonders. Und aus San Francisco hört man ja, es wird komisch sein, Russ jetzt in einem anderen Trikot zu sehen. Aber es ist immer noch derselbe Spieler. Also sie werden Respekt haben. Wir werden versuchen, es so hinzukriegen, dass er nicht die Entscheidung ist. Aber es ist schon auffällig. Da spielt natürlich noch Pete Carroll mit rein. Diese damalige NFC-West-Rivalität. Da kommt vieles zusammen. Aber ich sage mal so, wenn Russell Wilson auf der anderen Seite steht, dann ist bei San Francisco erstmal Alarm angesagt. Okay, ich gebe da auf diese Statistik immer wenig. Ich weiß noch, ich glaube, der 1. FC Köln hat mal 20 Jahre nicht den Kaiserslautern gewonnen. Aber in den 20 Jahren gab es 35 verschiedene Trainer in beiden Teams. Also von dem her, ich sehe das immer ein bisschen. Personal drumherum ist ja nicht das Gleiche. Und jetzt in Denver ein völlig neues Team, neues System, neue Receiver. Wir werden sehen, auf der anderen Seite San Francisco. Kyle Shanahan geht jetzt mit Jimmy G durch die Saison. Was hast du dir gedacht, als Trey Lance vom Platz gefahren worden ist? Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Es ist doch wieder so passend irgendwie nach den ganzen Diskussionen. Ja, erstmal natürlich tut es mir wahnsinnig leid für Trey Lance und auch für uns alle. Weil wir hätten ja gern gesehen, was er bisher noch nicht zeigen konnte, was er wirklich drauf hat, was er kann. Das ist schon ganz, ganz bitter. Da haben wir wieder ein junger Quarterback, der sich früh verletzt. Wobei, da würde ich die Schuld natürlich jetzt nicht bei der Offense Line sehen. Dann, der nächste Gedanke natürlich, was für ein Glück, dass sie diesen Vertrag umstrukturiert haben, dass das Jimmy Garoppolo an der Schulter operiert wurde, sodass ihn kein anderer haben wollte. Vor allem für das Geld war das Risiko allen zu groß. Jetzt haben sie kein Downgrade, vielleicht sogar ein Upgrade auf der Quarterback-Position. Sicher, der Floor ist höher. Genau, er kennt das System, er kennt alles und er kann natürlich noch viel befreiter aufspielen. Also, das hat er ja selber gesagt. Das hat wieder Spaß gemacht, wie 2017, als er einfach mit seinen Receivern quasi so sich verabredet hat, was laufen wir für Routen und hat die dann angespielt. Wenn er diese Lockerheit beibehält, dann kann das wirklich ein deutliches Upgrade werden gegenüber, nein, nicht deutlich, aber ein leichtes Upgrade gegenüber Trey Lance. Und so ist in jedem Schlechten auch immer was Gutes. Das hast du gut gesagt, genau so schaut es aus. Garoppolo ist 31 zu 14, also 31 Siege, 14 Niederlagen als Starter bei den 49ers. War im Superbowl, war im NFC Championship Game. Ich sehe ihn immer ein bisschen kritisch, weil für mich ist er auch eher, Game Manager, gute Defense, alles klar, Game Manager kommen auch mal in den Superbowl. Siehe Jared Goff mit den Rams, das passiert. Aber okay, in der jetzigen Situation ist er tatsächlich wahrscheinlich die beste Lösung für dieses Team. Und die Division scheint ja auch nicht so stark zu sein, wie man das vor der Saison, gut, Seattle, nehmen wir mal raus, aber die Cardinals und die Rams haben wahrscheinlich auch mehr Probleme, als man vielleicht gedacht hat. Also die Division ist wide open. Ich finde es bemerkenswert, wie beliebt offensichtlich Jimmy G im Locker Room ist. Ist dir das aufgefallen? Also ich fand, das war schon, gerade die O-Line, die haben ja gar nicht mehr aufgehört, auf seinem Helm rumzutrommeln die ganze Zeit. Ja, und er wurde ja nicht zuletzt auch deswegen gehalten, oder man hat alles versucht, ihn dann zu halten, weil er sich mit Trey Lance so gut versteht. Was der über ihn erzählt, wie toll sich Jimmy Garoppolo verhalten hat, ich bin da nicht so nah dran, aber ich glaube das auch, weil wenn es von so vielen erzählt wird, man sieht ja auch, wie er sich verhält, wie er sich benimmt, das ist einfach ganz offensichtlich ein sehr, sehr anständiger, netter Junge, der vielleicht einen halben Schritt hinter den Superstars herläuft, das hat er halt nicht drauf, vielleicht weil er zu nett ist, vielleicht müsste er irgendwann mal auch egoistischer sein, oder das Biest in sich rausholen, das könnte vielleicht ihm fehlen. Aber ich sehe ihn, genau wie du, einer, der ein Team, das sonst gut strukturiert ist, sehr, sehr weit bringen kann. Ihm wird natürlich immer die Superbowl-Niederlage angekreidet. Emmanuel Sanders, glaube ich, winkt heute noch. Hallo, ich bin acht Jahre hinter den Kansas City-Verteidigern. Gut, das ist mal eine Szene, die wird natürlich dann immer rausgenommen. Er hat ein gutes Spiel gemacht, auch im Superbowl, aber es ist halt nicht dieser It-Faktor, er ist halt kein Tom Brady, darum hat er auch New England gesagt, geh deines Weges, wir wünschen dir all the best, wo immer du hingehst. Es ist eine ganz kleine Stufe nur, die die ganz Großen von den Großen trennt. Aber mit dem Großen kannst du auch Superbowl gewinnen, auch mit dem Kleinen. Frag mal den Baltimore nach. Ja, oder frag mal bei Peyton Manning nach, am Ende seiner Karriere bei den Broncos, da hatte er relativ wenig damit zu tun, aber es hat gereicht und erfahren genug war er, um sie in den Superbowl zu bringen. Und dort hat es die Defense dann gerissen. Auch die Buccaneers haben ja ihren ersten Superbowl nicht aufgrund des tollen Quarterback-Spiels von Herrn Johnson gewonnen. Ja, das ist richtig. Apropos die Größen im Geschäft, der Kittel Schorsch ist back. Der Kittel Schorsch ist da. Steht ja in meinem Team. Natürlich. Das war das Geilste. Ich picke ihn am nächsten Tag, verletzt er sich. Super. Die Story deines Fantasy-Lebens, Günther. Das letzte Mal, dass George Kittel gegen die Broncos gespielt hat, hatte er 210 Yards bei sieben Catches, alle in der ersten Halbzeit, und hätte nur fünf Yards gebraucht, um Shannon Scharps Rekord, den hast du wahrscheinlich damals noch kommentiert, zu brechen. In einem Spiel, das war 2002, Shannon Scharps gegen die Chiefs damals. Und Shannon hat danach sich, glaube ich, entschuldigt und hat gesagt, ja... Hat er nicht auf dem Schirm gehabt. Mein Fehler. Es gibt solche Coaches und solche Coaches. Manche achten auf sowas, haben auch extra Leute, die sich darauf hinweisen, dass eben persönliche Rekorde wichtig sind. Also Will Belicic zum Beispiel, der versucht wirklich immer alles, um natürlich dann auch für die Franchise, aber auch für den eigenen Spieler, wenn es da die Chance gibt, denken nur an Tom Brady und Randy Moss, die Touchdown-Rekorde, die sie damals aufgestellt haben. Und es gibt Coaches, denen ist das völlig egal. Da geht es nur am Spiel. Wobei, im Nachhinein natürlich dann Shannon, das hätte jetzt keine Rolle gespielt, die fünf Yards, oder dann sechs, um den Rekord allein zu haben, hätte man locker hingekriegt. Das, glaube ich, ist die Grundeinstellung. Da sagt man, nee, das interessiert mich alles nicht, das will ich nicht wissen. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, ich habe es kommentiert, von Warren Moon, der drauf und dran war, den All-Time-Rekord von Norm Frank Brocklin zu brechen, mit was, 541 Yards und er war, glaube ich, auch zehn Yards dahinter und durfte dann aber nicht mehr werfen und Jerry Glenville, glaube ich, war der Coach, könnte sein. Aber da würde ich mir jetzt, um Gottes Willen, nicht mehr festlegen, aber auf jeden Fall, das war auch so eine Situation, da hätte er einen All-Time-NFL-Rekord und zwar vielleicht einen der wichtigsten, meisten Passjards in einem Spiel brechen können. wurde ihm auch nicht gestattet, wurde er das Spiel nach Hause gelaufen am Ende. Jeder hat es gewusst im Stadion, außer der Coach. Gut, wunderbar, warten wir mal ab, was der Kittelschorch so reißt nach seiner Verletzung, ist ja das erste Spiel in der Saison, ich bin gespannt. Günther, dein Ergebnistipp zum Schluss? Denver wird verbessert kommen, aber San Francisco gewinnt das Ding, die Fans rein, sagen wir mal, 23, 27. Wunderbar, so machen wir das, alles klar. Günther, vielen Dank, ich wünsche dir noch weiterhin viel Spaß auf der Festwiese, das läuft ja noch eine Woche, die ganze Geschichte und wir sehen uns dann zu Woche 4 wieder. Sehr gerne. Servus. Ciao. Ciao.